Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video hier auf meinem Kanal. Es ist ein anderer Hintergrund wie sonst. Mein Zimmer ist ja auch noch nicht ganz fertig. Ich möchte es nicht für immer hier lassen, wenn ich Hauls drehe. Aber jetzt heute ist der Haul einfach hier. Ihr könnt ja schon in der Beschreibung lesen, um was es sich für ein Haul handelt. Und zwar ist das mal wieder ein Ausstieg zu Pater. Hier ist mein Paket. Und ich habe tatsächlich noch nicht reingeguckt. Ich habe es zwar aufgemacht, aber ich habe wirklich noch überhaupt nicht reingeguckt. Und ich bin wirklich gespannt, weil mein Ziel ist, auch heute das erste Mal ins Fitness zu gehen. Und da passt es jetzt natürlich perfekt, dass ich Sachen von Ocean's Apart heute zugeschickt bekommen habe. Weil bei mir ist es immer so, ich kriege da immer viel mehr Motivation. Ich schreibe euch jetzt hier schon mal meinen Rabattcode hin. Dazu werde ich aber nachher auch noch was sagen. Ich würde sagen, wir fangen direkt an. Ich hole es einfach mal hier her. Das gute Paket ist jetzt nicht allzu schwer. Und das erste Set ist blau. Ich hole es direkt mal raus. Und zwar ist das das hier. So sieht das aus. Ich bin wirklich mal gespannt, weil die haben jetzt diesen Po ein bisschen anders. Und ich glaube, dass die Hosen diesen viel schöneren Po machen mit diesem Oberteil. Ich probiere es an und ich bin sehr gespannt. Das ist das Set angezogen. Und ich habe die andere Seite noch nicht angezogen. Und bis jetzt ist das auf jeden Fall mein Lieblingsset. Die Farbe und auch, es sitzt richtig gut. Und es gibt so voll noch mehr Sommer-Vibes, finde ich. Ähm, I love it. Ich liebe beides Oberteil-Unterhose. Ich glaube, das ist das Sarah-Set. Ich schreibe euch das aber auch immer nochmal hier hin. So seht ihr das jetzt nochmal komplett. Es sitzt richtig gut. Es fühlt sich richtig gut. Und es sitzt nah am Körper, aber nicht eng. Okay, ich liebe es. Das ist, glaube ich, von der neuen Kollektion von Ausstuze-Parte. Wir haben ganz viele neue Sachen. Und ich kann nichts sagen. Ich liebe es einfach. Ihr könnt gerne auch meinst du dem Produkt mal in die Kommentare schreiben. Da wird dann eben schon angesprochen, mein Rabattcode NikaSpring. Da kriegt ihr 30% Rabatt. Und das kriegt ihr nicht immer so viel. Und ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr das Set hier kauft, dann kostet es normalerweise 79 Euro. Und jetzt nur 55 Euro. So, checkt's ab. Der Link ist in der Video. Da steht der Rabattcode auch nochmal genau geschrieben. Okay. Kommen wir zum nächsten Outfit. Ich habe hier einmal Auswahl rosa und grün. Ich glaube, ich entscheide mich zuerst für rosa. Ich habe mir nämlich dieses Mal mehrere rosa. Und zwar einmal ist das dieses Top hier. Oder halt Oberteil. Dann diese Hose hier. Da bin ich auch mal sehr gespannt. Die Art von Hose ist, glaube ich, auch neu. Und ich sehe gerade, da fehlt noch was. Und zwar gibt es dazu noch diesen Sport BH. Ich zeige euch das direkt als Set angezogen. Also so sieht der BH und die Hose jetzt einmal angezogen aus. Es ist mega bequem. Die Hose hat vor allem hier hinten zwei Taschen. Und jetzt ziehe ich dieses Top einmal kurz mit euch zusammen an. Das ist halt voll cool zum Sport machen, weil es einfach so ein locker entspanntes Top ist. Und gerade auch für die Leute, die zum Beispiel nicht so bauchfrei mögen oder so, ist das echt cool. Man kann das als Set anziehen. Man muss natürlich nicht. Ich schreibe euch den Setnamen immer irgendwo hin. Ich finde es nice. Die Farbe ist vor allem richtig, richtig schön. Okay. Machen wir weiter. Und ich würde sagen, wenn wir schon mal pink sind, kommen wir zu dem Set. Und da, auf das habe ich mich am meisten gefreut. Und zwar ist das dieser BH hier. Ich habe übrigens alles in der Größe S. Und diese Hose, die fühlt sich, ich glaube, das ist mit dem gleichen Ding oder ähnlichen wie die blaue gerade. Auf die habe ich mich for real am meisten gefreut von allem. Also das ist jetzt das Set. Und ich kann nicht sagen, ob ich das noch mehr mag als das blaue vom Anfang. Aber ich liebe so ein Muster. Das ist so rosa, weiß, girly. Ich muss sagen, ich liebe die Hose und die Farbe. Bei dem blauen fand ich, glaube ich, das Oberteil fast noch cooler als das jetzt. Von der Bequemlichkeit her. Aber das ist natürlich auch echt gut. Hauptsache draußen in meinem Fenster laufen die ganze Zeit Leute vorbei. Okay, ich stelle die Box jetzt einfach mal hin. Als nächstes. Oh mein Gott, auf das hat mich auch mega gefreut. Ich habe ein grünes Set und da ist alles dabei. Alles. Aber ich muss euch zuerst was beichten. Ich sehe gerade, ich habe bei dem blauen Set am Anfang das Oberteil vergessen. Es gibt dieses Oberteil dazu. Das ist dieses Basic-Oberteil, was bei ganz vielen dabei ist. Das habe ich auch schon in schwarz, weiß und braun, glaube ich. Ich habe es auf jeden Fall schon, deswegen zeige ich euch das jetzt nicht angezogen. Aber ich zeige euch das. Und zwar ist das ein Sport-BH. Ich glaube, das ist der gleiche wie bei dem blauen vorher am Anfang. Dann, das ist, würde ich jetzt mal sagen, nee, das ist die gleiche Hose, die blaue. Und bei der ist anders, dass die Übereike riffelt ist und die ist glatt hinten. Okay, dann. Diese Hose, ich liebe dieses Grün. Ich bin mal gespannt, welches Outfit ich nachher anziehe. Dann gibt es diesen Pulli dazu. Den kann man halt auch richtig gut einfach irgendwie drüber ziehen, wenn man zum Fitness fährt oder so. Und eine Weste. In meinem letzten Schil noch habe ich euch ja eine Jacke gezeigt. Und jetzt dachte ich mir, jetzt wird es Sommer. Jetzt brauche ich keine Winterjacke, aber eine Weste wäre richtig geil. Das passt halt alles zusammen. Und das ist halt schon geil, wenn man so ein Set hat, wo halt alles dabei ist. Gerade auch, wenn man so zum Fitness hinfahren kann. Da kommt man schon so gestylt an. Und ich ziehe es an und zeige es erst dann direkt. So sieht das Set aus. Das ist das gleiche wie das blaue. So sieht es von hinten aus. Ich liebe dieses Oberteil, weil das ist so ein Sportbär. Aber man kann es auch als Oberteil anziehen. So, ihr wisst, was ich meine. Ey, ich kann mich, glaube ich, nicht entscheiden, welches Outfit ich nachher anziehe. Aber ich liebe das. Vor allem in diesem Grün habe ich es halt auch noch nicht. Okay, dann ziehen wir jetzt erstmal den Pulli dazu an. Und der fühlt sich richtig bequem an. Den kann man hier auch enger und lockerer machen. Ich glaube, dass... Ich weiß nicht. Ich glaube, dass das Outfit auch neu ist. Also Ocean Super hat er halt für richtig viele neue Sachen. Habt ihr bestimmt auch schon bei irgendwelchen anderen Influencern so gesehen. Ich hab das schon gesehen. Ich könnte es ja enger machen. Und ich war schon neidisch. Jetzt hab ich aber ja auch solche Sachen. Das ist halt schon cool, wenn das halt so alles zusammenpasst. Das hat hier so den... Boah, Leute, ich lieb's. Okay, jetzt warten wir. Warten wir noch die Beste ab. Das ist vom Typ her gleich wie die Jacke, die ich auch schon hab. Ziehen wir es an. Boah, ich lieb's. Und hier könnt ihr den Stoff dann noch enger machen. Ich find's richtig, richtig geil. Die Jacke hat hier zwei Taschen. Plus hier mit Reißverschluss. Also vier Taschen insgesamt. Es sieht so cool aus. Also... Ich überlege halt, ob ich mit dem Outfit gehe. Ich liebe alle. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich kann mich tatsächlich nicht entscheiden. Schreibt mal gerne in die Kommentare, welches Outfit ihr am besten findet. Ich bin mal sehr gespannt. Ähm... ja. Jetzt hab ich noch ein Outfit. Das ist, glaub ich, jetzt nicht von der neuen Kollektion. Bin mir aber gar nicht ganz sicher. Das ist einmal diese Hose. Die hab ich auch schon in anderen Farben. Und das Oberteil. Das hab ich auch schon in, äh... schwarz und weiß. Und ich dachte mir, ich gönne mir das auch nochmal in seinem Rosa. Dieser Heu wird aus sehr viel rosa Sachen bestehen. Aber ich probier's direkt an und zeig euch das dann auch natürlich noch angezogen. Okay. Ich dachte, das kannst du jetzt nicht noch rausreißen. Aber ich muss sagen, ich lieb das einfach genauso. Das ist so rückenfrei. Da kann man auch sonst dieses Oberteil, was ich euch vorher gezeigt habe, anziehen. Ich hab das ja noch in weiß und schwarz. Das passt da ja auch dazu. Das Gute ist, finde ich, bei den auch schon zu passen. Man kann die auch vermischt kombinieren. Also auch verschiedene Farben. Aber dieses Outfit, muss ich euch ehrlich sagen... ...finde ich auch richtig geil. Also ich kann mich nicht entscheiden, welches ich heute Abend anziehe. Ich fand das blaue Voranfang cool. Aber ich liebe alle. Schreibt mal bitte eure Meinung, welches ihr am schönsten findet. Oder welches ihr euch holen würdet. Oder ob ihr auch schon welche habt. Aber ich muss sagen, dass ich das auch richtig schön finde. Das hat auch hier einen etwas dickeren Bunt. Deswegen, finde ich, formt es den Bauch etwas besser. Ja, meinen Rabattcode und alles andere findet ihr in der Bio. Wenn ihr nochmal ein Haul wollt, schreibt es in die Kommentare. Und gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Schreibt gerne alle eure Meinungen in die Kommentare, was ihr euch für Videos wünscht. Was ihr feiert, was nicht so. Das ist jetzt, glaube ich, mein dritter oder zweiter oder dritter auch schon zu Part war, wenn ihr es feiert. Schreibt es in die Kommentare, dann kommt auch noch einer. Und ja, ich gehe jetzt zum Fitness, wenn ich mich raffe. Ich hoffe, ich raffe mich. Wenn nicht, dann auch nicht. Das seht ihr ja immer in der Story. Dann nehme ich euch immer mit. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Ciao!